Hallo zusammen, mein Name ist Livio Altmaier, ich lehre Automobilfachmann und bin im ersten Lehrjahr in der Grund AG Tringen. Ich zeige euch heute etwas mehr von meinem Beruf. Hier sieht man mich gerade beim Pneuwechsel und anschliessend beim Auswuchten. Das Auswuchten mache ich, dass keine Vibrationen auf der Lenkung gibt. Bei uns in der Grund AG haben wir ein mega cooles Team, das mega Freude beim Schaffen macht. Hallo zusammen, ich bin Fabio im zweiten Lehrjahr als Automobilmechatroniker Nutzfahrzeug. Hier bei der Grund AG Tringen und jetzt gehen wir mal schauen, wie das im Alltag so läuft. Hier sehen Sie mich gerade beim Lichteinstellen. Das mache ich, damit ich möglichst weit zünden kann, aber den Gegenverkehr nicht blende. Gefallen an meinem Beruf ist, dass ich jeden Tag an einem anderen Fahrzeug arbeiten kann. Das ist vom Smart bis zum Lastwagen. Anforderungen an unserem Beruf sind Interesse an der Technik und dass man auch mal anpacken kann. Ich hoffe, dir hat es gefallen bei uns in der Grund AG. Wenn ja, dann bewirkt ich euch heute noch für eine Lehrstelle. Warum? Ich bin froh. Ich bin froh.